Hallo alle zusammen, in diesem Video möchte ich euch ein Problem näher bringen, das sich viele beim MB100 oder allgemein bei älteren Mercedesieseln nicht bewusst sind. Dieses Problem zeigt sich meistens im Frühstadium durch eine erst spät ausgehende Öldrucklampe. Diese Kontrolllampe sollte normalerweise nach dem Motorstart schon nach wenigen Sekunden im Standgas von selbst ausgehen. Bei vielen Motoren braucht es aber erst einen kurzen Gasstoß. Spätestens ab diesem Moment sollte man sich bewusst machen, dass etwas nicht stimmt. In den weit fortgeschrittenen Fällen, als es zwar beim Gas geben als die Lampe, fängt aber im Standgas wieder das Leuchten an. Dies ist sehr gefährlich, da bei Leuchten der Lampe quasi kein Ölfluss mehr im Motor vorhanden ist. Ursache des Problems, das im schlimmsten Fall zum Moderschaden führen kann, ist das Ölüberdruckventil an der Ölpumpen. Dieses Ventil ist im Standgas geschlossen und öffnet erst ab einer höheren Drehzahl, um den Öldruck im Motor möglichst stabil zu halten. Um dies zu bewerkstelligen, besitzt das Ventil einen Kolben, der von einer Feder hochgedrückt wird. Und genau diese Feder kann die Ursache für den fehlenden Öldruck sein. Nach gut 30 Jahren ist es nicht verwunderlich, wenn die Feder erschlafft oder gar bricht. Eine weitere Ursache kann sein, dass der Kolben klemmt. Das Ventil sitzt noch vor dem Ölfilter, es kann also gröberer Dreck aus der Ölwanne ins Ventil gelangen und es verklemmen. Es empfiehlt sich auf jeden Fall immer den Tausch der Feder. Diese ist aktuell noch für sehr kleines Geld direkt bei Mercedes zu bekommen. Die Teilennummer findet ihr in der Beschreibung unten. Zum Tausch der Feder muss das Ventil aus dem Motor ausgebaut werden. Dazu muss die Ölwanne runter. Oft sieht man hier schon gut, ob das Ventil richtig schließt oder der Kolben festsetzt. Der Kolben wird von einem Sprengring im Gehäuse gehalten. Diesen herauszunehmen kann eine sehr fummelige Aktion sein. Außerdem besteht Gefahr, dass man das Innere des Ventils verkratzt. Ich habe mir daher eine simple Variante überlegt. Ich messe die genaue Einpresstiefe des Sprengringes heraus und bohre einen halben Millimeter unterhalb ein gut 2 Millimeter großes Loch ins Gewinde. Dies geht sehr gut, da es sich um ein sehr weiches Material handelt. Hier die Dann kann man den Sprengeln gut nach innen drücken und mit einer Spitzzange herausziehen. Falls der Kolben nicht von alleine herausfällt, kann man ihn von hinten mit etwas dünnen, zum Beispiel einen Imbuschlüssel, vorsichtig herausdrücken. Hier sieht man gut, dass die alte Feder in drei Teile gebrochen war. Meistens ist die Feder aber noch an einem Stück, aber im Vergleich zur neuen Feder merkt man oft, dass die alte ein paar Millimeter kürzer ist. Sie ist über die Jahre hinweg erschlafft. Das Innere des Ventils gut sauber machen und mit einem feinen Nachschlagpapier vorsichtig mal durchschleifen, falls sich durch die kaputte Feder irgendwelche Grade gebildet haben. Ein Austausch des Kolbens ist meist nicht nötig, macht aber Sinn, gerade wenn der alte erkennbare Laufspuren hat. Zum Einbau setzt man Feder und Kolben ins Ventil und drückt alles, zum Beispiel mit einem dünnen Durchschlag, nach unten. Dann kann man gut den neuen Sprengeln ebenfalls mit einem Durchschlag oder Schraubendreher in seinen Sitz drücken. Am besten alle Teile einölen, um Beschädigungen zu vermeiden. Der neue Kolben sollte nun locker im Gehäuse laufen und von der Feder immer wieder bis zum Sprengring zurückgedrückt werden können. Beim Einbau darauf achten, dass das Ventil wieder vollständig in die Ölpumpe eingeschraubt wird. Nun sollte die Öldrucklampe wieder direkt nach dem Motorstart im Standgas von selbst ausgehen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. This is the journey ahead. If you want to see more of my videos about Africa and old cars, please subscribe to my channel.